Nein, sicher nicht. Und viele wollen das auch gar nicht. Praktisches Detailwissen im Finanzbereich sind entscheidend. Und der Stressfaktor ist ziemlich hoch. Es ist schließlich notwendig, sich sehr schnell in das Unternehmen hineinzufinden. Teilweise schon sehr früh zu diversen Fragen Stellung zu nehmen, auch wenn die Datenerhebung noch läuft. Dabei hat man sich auf ständig wechselnde und damit meine ich im Extremfall stündlich wechselnde Anforderungen einzustellen. Meines Erachtens nach muss man auch bereit sein, mit dem Unternehmen mitzuleben. Sich ein Stück weiter mit zu identifizieren, ohne dabei aber den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Ein strenges Abarbeiten eines vorgefertigten Beratungskonzepts ist in so einer Phase nicht möglich. Es sind zwar immer die gleichen Inhalte, aber die Reihenfolge variiert stark. Und zwischen den Beratungsprozessen verschwimmen die Grenzen. Man muss auf unvorgesehene Wendungen flexibel reagieren können. Und zum Beispiel auch in einem Bank- oder wichtigen Lieferantentermin die Strategie ändern. Dann laun- und daste Leib Übrücken